hallo und so und schön das war was wir spielen heute eine runde bad wars 4x2 random marius m ja nice ich weiß nicht welche map es ist das ist time ich glaube die map habe ich einmal gespielt und mein mage scheint gar nicht so scheiße zu sein das freut mich schon mal er ist ein kleiner unfreundlicher mensch und auch diese wichse ja ich bin das echt nicht sogar fast das ist ja nur solche spiele was das ist ja meter muss ich mich da jetzt anpassen oder was ich habe keine spitzsacke auf aber der hat ein afk okay die musik mache ich wahrscheinlich selber nach hinten dran ja ja den habe ich richtig outplayed habt ihr das gesehen also so gut kann auch einfach niemand sein oder habe ich auf jeden fall nicht einfach ein afk getötet ist das sogar für alles drei gereicht mein bett ja mal gucken was wir jetzt machen ist das mein mate ist das marius m ne ich bin alleine ach gott hier ist nix mehr zu holen bitch heißt der breezley ente naja ich glaube hier endet meine journey als echt guter okay daneben nicht gott ist das tiltend ich bin rausgetappt wie oft ist mir das jetzt schon passiert dass ich rausgetappt bin oder naja ich kann es einfach ab dem zeitpunkt karten bis gleich so da sind wir in der zweiten runde nachdem ich gerade erfolgreich rausgetappt okay nachdem ich gerade erfolgreich rausgetappt bin habe ich mich dazu entschieden alte 4 zu deaktivieren und ne tab 11 na egal tab 11 und e4 und auch alte 4 habe ich rausgemacht jetzt ich bin der festen überzeugung dass ich dieses mal nicht auf das dividieren zeichen an der zahlenblock kommen werde denn da habe ich jetzt mein fullscreen in minecraft auch umgestellt alter ich bin auch gute niegeln muss ich sagen mein mate ist dafür komplett scheiße ich habe keine ahnung wie ich das spannend oder so machen soll deshalb werde ich einfach wieder beethoven musik drunter legen wie letztes mal und hoffen dass es irgendjemand lustig findet ich weiß nicht ich habe gerade kein spiel was ich aufnehmen kann was jetzt nicht 80 minuten dauert und dann noch mal 80 minuten cutten gestern habe ich halt rumprobiert werden einfach nur geraped die runde glaube ich aber man kann geraped schreiben aber nicht fiki fiki was eigentlich ich habe ich habe es gesagt dass wir geraped werden holy shit unser mail ist echt gut ne king banana auto gut haben wir auch das geistige alt herausgefunden aber okay es geht hier gleich noch richtig ab keine war es wäre keine minecraft runde wenn sich kann sogar tiltender sein als die gofletschlands hätte ich nicht gedacht nein ich bin noch runter gefallen weil ich scheiße bin ich übersteuere gar nicht was macht er ich verstehe es nicht was ist seine mission soll ich jetzt auch mal schreiben target weil der grüne als jetzt schon zum zweiten war hier also das war volles targeting halbes herz reicht ich bin reich lol sollte ich ja schon fast glücklich sein dass ich mal gerade darunter gedroppt bin aber der junge macht auch nichts mehr produktives heute glaube ich so sei es ich kaufe mir jetzt voll equip ich hätte den falschen auf jeden fall haben sollen ich brauche ein backport auf jeden fall schon immer und noch mehr blöcke kann auch nicht schaden lieber mal zwei davon das ist team grün da drüben meiner meinung nach schon das ist team gelb team gelb hat sogar noch ein bett ok dann wollen wir mal jetzt droppe ich einfach ich droppe auf deren bett taktik ist immer noch broken und jetzt ganz langsam schön perfekt an die heisen die haben wir nicht meine kiste der lebt einfach warum lebt der noch wollte den kilo mit haben doch mann ich wollte den kelecht haben und ich habe noch einen zweiten falschen damit würde es theoretisch auch gehen weil wahrscheinlich bei bei what the fuck wo kam der hier mein mate hat einmal was richtig gemacht nein warum warum muss der denn jetzt was richtig machen warum die ganze zeit baut er nur scheiße dann macht er einmal was richtig und dann ist es auch noch schlecht dass er es richtig macht holy shit hier ist er nochmal keine ahnung king banan auto genauer der banane auto oh fuck mein mate ist so gut mein mate ist aber gleichzeitig auch noch so scheiße ok wir gehen da jetzt ganz 44 gold am arsch war der in der mitte fuck hat er hat er keinen rückstoß er hat eine power 2 langweilig warte mal dann hat der erste bogen lol dann hat der erste bogen ja praktisch gar nichts nope ups das war wohl zu weit und wie weiter ich oben bin desto sicherer bin ich durch den fallschirm ok mein mate muss das jetzt verteidigen können ok ah ah Der bietet mich doch jetzt nicht noch. Oh, GG. Das hat gedauert. Oh mein Gott, Alter. Das war es mit einer extrem herzaufreißenden Runde. Bad Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn die nur so ist, würde ich mich natürlich über eine positive Ermittlung freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen hoffentlich wieder. Also wenn ich hoffentlich morgen ein Video mache. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.